Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben Montag, den 30.03.2015. Es ist 19.21 Uhr, ganz genau. Alle Aktien bis auf die Lufthansa-Aktien befinden sich im Plus, deutlich im Gewinn. Der DAX infolgedessen natürlich auch hier im Gewinn 12.105 Punkte. Da ticken wir aktuell. Es war ein durchaus bullischer Tag. 1,83%, da stehen wir. Momentan aber auch der TechDAX mit knapp 2%, der MDAX, der SDAX mit 1,4% und 1,5% zeigen, dass es ein bullischer Tag für die Aktienindizes waren. Auch die amerikanischen Indizes, Dow Jones hier 1,7%, S&P 1,2%, Nasdaq 1,5%. Auch die amerikanischen Indizes zeigten heute durchaus bullische Impulse. Mit dem Bruch des Vortageshochs hier von 11.952 Punkten hat der DAX dieses Dreieck hier nach oben hin ausgehebelt. Nach dem Fehlausbruch nach unten hin führte sein bullisches Momentum fort und konnte auch hier kurzfristig dieses Hoch aushebeln, was durchaus bullisch ist und marschiert jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit in Richtung der Allzeithöchststände in Höhe von 12.218 Punkten. Der DAX hier weiterhin bullisch und sehr zufriedenstellend. Was mich ein bisschen ärgerte war aus persönlicher Sicht hier dieses kleine Fehlsignal nach unten hin. Hätte man aber auch noch abschätzen können. Gut hätte, wenn. Aber ansonsten muss man sagen, die Prognose aus dem heutigen Forex am Morgen ging auf und konnte sich hier bestätigen. Auch was den Dow Jones anging, das freut mich sehr. Da gab es dann hier genau das gewünschte Momentum, was wir heute Morgen gesagt hatten ab 17.792. Da können Sie nochmal in der Morgensausgabe nachgucken, wenn Sie mögen, dass wenn die Marke fällt, dass wir dann ein schönes Momentum sehen sollten. Passiert der hervorragende Ausbruch, Pullback und dann schoss das Ding hier nochmal 200 Punkte nach oben. Gefällt mir, also war technisch gesehen einer der saubersten Signale in diesem Jahr. Auch vom Stoppen her sehr eng zu stoppen, war gut. Naja, wir sind weiterhin long aus der übergeordneten Perspektive. Kommt jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal hier die Vorwocheneröffnung und die ist hoch bei 18.200 Punkten. Und da wird sich dann entscheiden, ob wir nochmal in eine Korrektur gehen oder ob wir dann hier diese Konsolidierung, die wir gesehen haben, ob wir die dann entweder hier nach oben aushebeln oder nochmal eine Zwischenkorrektur einlegen aus der übergeordneten Perspektive. Der S&P 500, auch hier momentan in der Konsolidierung, seitwärts gerichtet, prallte am letzten Tief von 2039 Punkten ab, konnte daraufhin 41 Punkte steigen. Das Momentum sollte uns jetzt eigentlich, nicht uns, sondern den Basiswert nochmal in Richtung der 2120er Marke befördern. Und über 2120 sollten wir dann weiteres Momentum sehen. Und oder, hier nochmal die zwischengeschaltete Korrektur, aber der Markt ist prinzipiell weiterhin als long einzuschätzen. Und auch der Nasdaq, den sahen wir hier mit einer schönen untergeordneten Trendwende, was übergeordnet hier lediglich den nächsten Impuls widerspiegelt. Und auch hier zeigt sich ein ähnliches bullisches Marktmuster. Gold unter Druck, um das nochmal kurz anzusprechen, das Edelmetall. Wir hatten gesagt, wenn überhaupt, bullische Impulse ab 1225 US-Dollar aus der kurzfristigen Perspektive kam es gar nicht dazu. Ist abgeknickt, momentan pendelt er hier einfach nur bärisch seitwärts übergeordnet und hier auf dem Tageschart zwischen 11.130 und 11.225 Punkten. Aber das ist jetzt kein nennenswertes Szenario, das ich zwingend umsetzen müsste. Also von daher, Gold ist jetzt tradingtechnisch nicht so interessant, vielleicht ab 1225, aber vorher werde ich da mit Sicherheit abwarten. Kleine Info am Rande noch, vielleicht ganz interessant. Der Eurostox hat hier schon fast wieder, ähnlich wie der DAX, seine bisherigen Höchststände erreicht. Und ja, sollte man auch nochmal im Blick haben, vielleicht für einen kurzfristigen Long Sculpt. Ist mir nur eingefallen, schadet ja nicht, das nochmal zu erwähnen. Der Eurostox hier auf der A4-Einheit. Was haben wir noch? Ja, wir hatten gesagt, US-Dollar, Schweizer Franken hat eine mögliche Trendwende. Bullisches Momentum sollte ab 0,97 entstehen. Gut, er zog halt nochmal kurz zurück, aber er konnte noch nicht durchschießen. Soweit ist das Setup oder die Prognose aufgegangen, beziehungsweise steht noch, davor sich zu bewahrheiten. 0,97, wenn er hier durchbricht, hat der US-Dollar, Schweizer Franken, in dem Fall das Long Setup getriggert, bis 0,98 und 0,99, 80. Und gleichzeitig sollte dann der Euro-US-Dollar nach unten hin abknicken. In dem Fall wäre der Bruch der 0,97er Marke im US-Dollar Schweizer Franken gleichbedeutend oder sollte auch parallel ablaufen mit dem Short-Durchbruch im Euro-US-Dollar durch die 1,0796. Das ist hier, wenn man im Prinzip, wenn man es einfach nur umkehrt, das was wir hier als Long Setup im Prinzip deklarieren, Das ist im Euro hier dieses Short Setup. Ja, das ist im Prinzip einfach nur gespiegelt. Also von daher weitere Wahrscheinlichkeit hier den fallenden Euro-US-Dollar zu sehen unter 1,0796. Long Tendenzen, wenn überhaupt, da müsste man schon abwarten, bis er hier nochmal irgendein Hoch bricht. Also es wäre schon ein zwungenes Setup hier oben drüber, jedenfalls, wenn man das so nimmt. Weil dann könnte man auch gleichzeitig über diese Hochs gehen. Und aus der Tagesperspektive ist das allerdings kurz vor der Tages-EMA 50 und dem letzten Tief. Und das macht das Ganze qualitativ so ein bisschen minderwertig. Weil wenn man sich das aus dem übergeordneten Kontext anschaut, ist zwar schön, also das hier oben würde direkt gegen den Widerstand laufen. Das können wir also direkt rausnehmen, das obere Setup. Wenn überhaupt den Euro jetzt Long, dann vermutlich ab 1,0952. Aber das ist mehr gekrampft, als tatsächlich überlegt und ordentlich selektiert, beziehungsweise progressiv ausgewählt. Ja, das ist, da werde ich jetzt erstmal vorsichtig sein, was die Long-Position angeht. British Fund, US-Dollar, genauso ein Kandidat, wird gesagt, also er ist jetzt in der Konsolidierung. Das heißt, exakte Durchbrüche sind da relativ schwierig zu prognostizieren. Man sieht es deutlich, wie er hier mehr oder weniger seitwärts läuft. Das heißt, wir gehen noch weiterhin davon aus, dass er hier noch die Tiefstände aus dem März antestet. Und momentan ist er eher seitwärts gerichtet, übergeordnet in der Korrektur. Aber so wirklich viel kann man sich da jetzt nicht erwarten. Also die nächsten Durchbrüche sollten hier ab 1,50 und ab 1,46,30 stattfinden. Dann, Westerlei Japanisch-Yen, auch hier nochmal der Hinweis. Wir hatten gesagt, die ursprüngliche Analyse sah so aus, dass wir hier das Long-Setup traden, wenn er zurück in die Bullische Flagge kommt. Und das entweder beim Durchbruch hier oben oder eben beim Pullback hier. Diese zwei Varianten gibt es aus der übergeordneten Perspektive, aus dem Tageschart-Kontext, wäre auch der Bruch der 122er Marke, 122 Jelen pro US-Dollar hier zu bevorzugen. Für als Setup. Ja, doch, kann man so stehen lassen. US-Dollar-Cut zeigt sich positiv. Wir hatten ja hier die Trendwende traden wollen. 1,25,55 bzw. hier der Ausbruch über die 1,26,20. Gibt es nicht viel zu erwähnen. Kursziel 1,27,50 und 1,28,30. Euro-Schweizer Franken. Da gibt es eine Möglichkeit, eventuell hier nochmal einen Short zu traden. Vorwochentief 1,04,15. Das ursprüngliche Setup war ja ein anderes, das war ja hier dieser Pullback-Trade. Der hat jetzt mittlerweile ganz gut funktioniert und hat seinen Kursziel abgearbeitet. Jetzt stabilisiert er hier sich so ein bisschen, der US-Dollar, der Euro-Schweizer Franken. Und ja, ein Durchbruch hier unten durch die Marke. Von 1,04,14, 1,04,13 wäre ein Short-Trade-Wert. Britisch-Fund-Schweizer Franken habe ich da auch noch auf dem Schirm. Ist hier aktuell noch Short. Hier sind aber beide Möglichkeiten vorhanden. Also zum einen der Trenduntergeordnete Trendwende-Trade ab 1,44,45. Als auch der Trendfortsetzende Durchbruch unter 1,41,86. Das sind so die zwei Varianten. Ach genau, ein Britisch-Fund-Australisch-Dollar. Der Rent, da gibt es nicht viel zu reden. Wir hatten hier die Trendwende versucht schön umzusetzen. Die ursprüngliche Inverse SKS, die wir hier markiert hatten, das war diese hier. Und ja, seit Trendwende ist ja jetzt hier so 308-Hips gelaufen. Wäre nochmal schön, wenn wir hier vielleicht einen Pullback sehen. Aber ansonsten steht das Kursziel von 1,94,60 noch aus. Das ist äußerst zufriedenstellend gelaufen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wir sind am Ende angekommen. Die nächste Ausgabe gibt es dann morgen früh, wie gewohnt. Und bis dahin sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen. Und wenn Sie mögen, bis bald.